Es gibt eine Krankheit, die uns alle betrifft und die viele von uns letztendlich töten wird. Das Altern. Wie wir alle, denkst du, dass Altern unvermeidlich ist. Aber es ist laut aktuellen wissenschaftlichen Fortschritten tatsächlich eine behandelbare Krankheit. Durchbrüche in der Genetik bringen uns den Ursachen des Alterns immer näher und Wissenschaftler stehen kurz davor, wirksame Behandlungsmethoden zu finden. Und bis die Wissenschaftler die potenziellen Mittel auf den Markt bringen, kannst du deine Langlebigkeitsgenen dabei helfen, das Altern zu bekämpfen. Ein Geheimnis, wie man dem Alter trotzt, haben uns dabei die Bewohner der Insel Okinawa schon seit Jahrhunderten gezeigt. Dort gibt es nämlich sogenannte blaue Zonen mit einem ungewöhnlichen hohen Anteil an 100-Jährigen, die trotzdem noch aktiv und vital sind. Also, was ist das Geheimnis? Zum einen ernähren sich die Bewohner überwiegend pflanzlich und zum anderen schränken sie ihre Nahrungsaufnahme ein. Dabei spielt Stress auch eine große Rolle. Deswegen, wenn du weiterhin auf Pflanzenkraft vor allem aus Sicht nach der Legalisierung verfolgen möchtest, dann folge jetzt unserem Zweitkanal für die Legalisierungsupdates und die geplanten Coffeeshops. So können wir nämlich nicht nur unsere Lebenserwartung steigern, sondern auch unsere Lebensqualität. Dann...